ProSieben ProSieben-Zuschauer-Redaktion Sommer, guten Tag Guten Tag, ich hätte eine Frage, kann ich auch Beschwerden abgeben? Ja, wir sind die Zuschauer-Redaktion auch für Beschwerden zuständig Okay, auf ProSieben läuft ja momentan die Serie Galileo Mystery Ja Und ich finde, dass das eigentlich nicht richtig ist, weil ich habe selber zwei Söhne Und die gucken sich das an und die haben ja erzählt, dass es da über Leichen geht und so Sie haben zwei Söhne? Ja Vielleicht sollten Sie die nicht vor ein Erwachsenenprogramm setzen, Ihre Söhne Sie sind als Eltern für die Erziehung in erster Linie zuständig, auch für die Aufsicht Wir sind kein Kinderprogramm Und alles, was im Fernsehen auch tagsüber können, Sachen laufen, die für Kinder nicht geeignet sind Und das liegt natürlich in der Verantwortung der Eltern Wir zeigen allerdings vor 22 Uhr nicht, was FSK, unter FSK 16 ist Äh, über FSK 16 Also alles, was bis 16 erlaubt ist, zeigen wir auch Und das liegt doch an Ihnen, wenn Sie zwei Kinder haben Dass Sie da bitte nicht die alleine fernsehen lassen, sollte man ja sowieso nicht, ne? Papa, wer ist da? Und wenn du in den Ferien nichts anderes zu tun hast, als hier irgendwelche Leute zu belästigen Ähm, vielleicht solltest du mal lieber ein Buch lesen, ne? Weil du hast niemals zwei Söhne Auf Wiederhören Wir haben keine Ferien Wir haben keine Ferien